Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 und ihr seht es vielleicht schon, der ein oder andere. Ich habe Harlekens Krone gefunden. Ich glaube, für, abgesehen vom Barb und Necro, das beste Uber-Unic, was fallen kann. Obwohl, eigentlich ist es das beste Uber-Unic, weil da ein Afix drauf ist oder der Aspekt einfach so extrem krass ist. Da können wir gleich nochmal uns das anschauen. Ist mit das beste Uber-Unic und ich war übel lucky. Ich habe, glaube ich, 50 Runs oder so gemacht, keins gefunden und dann ist es gefallen. Ich blende euch mal eben den Clip dazu ein. Ja! Davor bestimmt 50 Runs oder so gemacht und kein Uber-Unic gefunden und auch jetzt die letzten zwei Tage nochmal über 50 Stück gemacht und keins gefunden. Und es scheint wirklich so zu sein, dass die Drop-Chance so bei 2% liegt oder wahrscheinlich sogar genau auf 2% liegt, sodass ihr eigentlich theoretisch jeden 50. Run ein erwarten könntet. Das heißt natürlich nicht, dass ihr unbedingt einen bekommt, jeden 50. Run. Jeder, der da Wahrscheinlichkeitsrechnung vielleicht mal in der Schule hatte, weiß, 2% bedeutet nicht, dass ihr nach 50 Runs auf jeden Fall einen bekommt. Es kann auch bedeuten, dass ihr so lucky seid und einfach in 10 Runs 9 Stück bekommt. Da habe ich auch schon einen einen oder anderen in den Dury-Runs dabei gehabt, der in den ersten 2-3 Runs schon Uber-Unic hatte. Aber was ich euch zeigen wollte, war einfach mal Harlekins-Krone, weil dieses Uber-Unic ist schon ganz besonders. Nicht nur, dass die Afix extrem krass sind. Man muss ja auch bedenken, die Uber-Unics, die bei Dury fallen, haben immer maximale Afixe. Bei der Harlekins-Krone ist das einmal alle Werte erhöht um 42, was schon mal extrem gut ist für eine Kopfbedeckung. Dann maximales Leben und nicht irgendwie 1000 irgendwas, sondern 2292. Wenn man das vielleicht auf einem Druiden mit Pulverisieren und Überwältigung spielt, kann das nochmal extrem boosten. Ressourcenerzeugung 18,5% und nochmal Abklingzeitreduktion 10%. Das für sich genommen ist schon sehr, sehr gut. Aber wenn ihr euch dann unten den Aspekt mal durchlest. Schadensreduktion ist super, aber dann ihr erhaltet zusätzlich 4 Ränge für alle Fertigkeiten. Das ist wirklich mit das Beste, was ihr überhaupt auf irgendein Item haben könnt. Es gibt für den Druiden und für den Werwolf und den Werbär jeweils Werbär- oder Werwolf-Fertigkeiten, wo man 3 dazu bekommen kann. Das ist schon extrem krass. Aber hier kriegt man per se 4 Ränge für alle aktiven Fertigkeiten. Das bedeutet, alle Fertigkeiten, die ihr irgendwie einsetzt, egal ob es jetzt hier in dem Fall Beherrschungsfertigkeiten sind, ihr habt überall bei den aktiven Fertigkeiten 4 Level dazu bekommen. Und gerade hier für den Kugelblitz-Magier ist das extrem krass. 9 Level auf Teleportation, 5 Level auf die beiden Schilde, die ihr normalerweise nur auf 1 hättet. 5 Level auf Frostnova, die ihr normalerweise nur auf 1 hättet. Das reduziert natürlich extrem die Abklingzeit. Die Ränge auf dem Kugelblitz selber nochmal, wo ihr dann bei 9 seid. Also ihr macht... Das ist so ein krasser, krasser Boost. Das kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen ist Harlekens Krone mit wahrscheinlich das beste Uber-June. Ich bin mega, mega happy, dass ich das gefunden habe. Ich habe jetzt insgesamt 3 Stück gefunden bei über 100, lass mich nicht lügen, 150 Runs oder so. Und habe leider jetzt beim dritten Mal, wo ist die Kiste, nochmal den Sternlosen Himmelring bekommen. Den ich ja schon hatte. Diesmal allerdings mit einem etwas besseren Aspekt. Ich hatte vorher 8%, jetzt habe ich den mit 11% gefunden. Den spiele ich ja auf dem Bowler-Bild. Den hatte ich euch vorgestellt, könnt ihr euch ja nochmal reinziehen. Hurricane-Bowler-Bild. Und hier, Ring der Sternlosen Himmel. Irgendwie komisch übersetzt. Eigentlich müsste es heißen, Ring des Sternlosen Himmels, finde ich. Den leider nochmal gefunden. Der ist an sich ganz gut, aber ich bin natürlich auf der Suche nach dem Großvater und dem Doombringer. Weil ich baue mir gerade einen Barbaren. Da wird der Bild auch noch morgen zu kommen. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Follow da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Der Barbar ist auf Level 77 und der läuft jetzt schon Nightmare Dungeon 60+. Und geht nur auf Basis-Attacken und Dornen. Also der ist wirklich komplett busted. Ich will hier noch nicht zu viel verraten, weil ich dazu noch ein eigenes Video mache. Aber auf dem Bild den Großvater zu spielen und dann nochmal den Doombringer. Da hätte ich extrem Bock drauf und darauf farme ich gerade extrem. Deswegen nochmal der Announce an euch, wenn ihr bei Dureal Runs dabei sein wollt, checkt Twitch ab. Ich bin da jeden Tag live, jetzt gerade wahrscheinlich auch. Wenn ihr den ein oder anderen Dureal Run mitmachen wollt, dann kommt da rein. Was ihr braucht sind zwei Scherben, zwei Eier, dann könnt ihr vier Runs mitmachen. Deswegen kommt da gerne vorbei. Das machen wir jeden Tag. Und ich denke auch noch die nächsten Tage, weil ich wie gesagt diese beiden Ober-Unix noch haben will. Und da ist natürlich die Frage, wann die endlich fallen. Dann ist mir ein kleiner Top-Trick aufgefallen für die Eier, die ihr beim Flüster in der Baum bekommen könnt. Und zwar ist ja die Monstrosität die Abklingzeit von einem Tag auf drei Tage hochgegangen. Aber was ihr machen könnt, wenn ihr mehrere Charakter in der Season oder wenn ihr im Eternal spielt, im Eternal habt, dann könnt ihr bei jedem Charakter die Monstrosität machen. Das bedeutet, ihr könnt alle drei Tage auf jedem Charakter mindestens mal zehn grausige Gaben nur von der Monstrosität bekommen. Das dauert keine zwei Minuten und dann habt ihr sofort pro Charakter eine Chest und könnt so ganz, ganz schnell die Eier farmen. Aber ich weiß, Eier ist eh nicht so das Problem. Das Problem sind Scherben und die Höllenflut. Da kann ich euch leider keinen besseren Top-Tipp geben. Ich habe das Gefühl, dass auf der PC-Version mehr Glut fällt als auf der Konsolen-Version. Das kann aber auch Einbildung sein. Da habe ich leider keine Tipps und Tricks für euch für die Höllenflut. Dann müssen wir einfach in den sauren Apfel beißen und die Höllenflut immer und immer wieder laufen und dort den lebenden Stahl holen. Das war es aber für das Video heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Follow auf dem Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein!